hey ho ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft bin ich spiele wieder auf zu lachen wie ihr gerade gehört auch mit dabei der peterspiel peterspiel ist gestorben guten tag ja ich bin runter geflogen deswegen habe ich lachen zuerst so hoch und leute mit dir dringend immer wie immer ich war neben uns Prozent gelb gelb oder pink gelb hat uns produziert müssen gelb schlagen und müssen die trotz geschlagen die kommen ich schon über zu uns da also läuft bei denen bei mir hängt es übelst gerade ich drück gar nichts mehr hier gut ich würde sagen unser Dings ist erst mal zugebaut Pass auf Box die das ist gelb Achtung Schlag den mal ein bisschen auf ich hole schnelles Reisschnitt ich hab nix ja ich der ist weg pink ist auch schon weg das heißt pass auf jetzt kommen die rüber zu uns die anderen ja ich gehe einfach mal warte mal stopp ich kaufe bei mir leckt es irgendwie gerade ein bisschen sehr ja du musst bei den Grafikeinstellungen ein bisschen was umstellen das ist weil ich nebenbei am rennen dann bin ach mensch christina ich habe ihn noch mal schön am kopf gehauen ach komm ja oh ja ja ho 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 ich glaub meine Maus ist leer ich hab das das wäre jetzt der übelste fail und klappt sie doch ja die ist so ein bisschen kacke ich denke die ganze zeit ist lecker war das leckt gar nicht auch die kommen schon wieder oder was ach der muck nur bei mir rum der kriegt eh auf das schmerz ja der muck ein bisschen würde ich mal meinen wo ist der ist ja ach da oben da kommen runter mann du assi guck mal ich treffe den einmal und dann verpasst er sich direkt warte frage frage kristina da kommt noch einer box immer ein bisschen und ich boxen auch nebenbei ich bin schon wieder tot gut ist er ich sehe den nicht hatte getötet keine sorge erst mal eben kommen bisschen was zu beißen das kommt schon direkt wieder rüber das kann gut möglich sein und das denke ich auch ja bist du unsichtbar okay läuft bei peter dann habe ich gleich erst mal aufgabe zu auszupieten wenn die eltern mit nix immer kommen weil einer offen ist das geld am dach ja das ist mir egal der kanini der kann er nicht runterkommen ich gehe jetzt auch aus da und kill den von hinten oder von oben oder von unten ha du assi hast mich kein einziges mal gekauft ok nur einmal trösten schon ein bisschen aus und dann würde ich mal sagen gehe ich zu denen die kommen jetzt die ganze zeit rüber hätten ja das machen die glaube ich gerne zu uns rüber kommen und ein bisschen mucken und dann wieder abbauen auch ne da kommt schon einer von denen der ping kommt noch keiner rum ja die wenn es auch nicht tun wird mich üblich auch ne der wort sich jetzt hier hoch oder was verziehe ich was wieso konnte der mich direkt boxen was soll der scheiß auch was der ist nicht falsch an christina kommt schnell baut das bett auf das bett auf das bett auf das bett was ist es unseres ja du wirst jetzt von wo kommt der ja der hat wahrscheinlich eine enderperle weil kein idiot in der mitte war christina passt bitte auf ok und ja der einschlag der hat ein dingsschwert jetzt habe ich eigentlich ein bisschen auch ne der hat dings drinnen ja der hat die stärke getrankt und alles der jetzt einen bogen hat ne ne bogen hat der nicht aber der hat ein eisenschwert das ist mir egal hauptsache er hat keinen bogen um mich zu spammen ja mein freund ich kann hier noch so rumgehen ne also du kannst gerne runterkommen also ich warte auf dich mit meinem schönen hey na wie geht es dir zieh dich zieh dich sag's nicht noch einmal ich habe keine angst vor dir nur weil du stärke drin hast jawoll läuft bei dir peter normalerweise ein bisschen aufpassen jetzt noch ein paar tränkchen peter macht das jetzt läuft bei ihm ja es wäre schön wenn ich jetzt noch in der mitte wäre oder sonst irgendwo ne aber wir haben uns nicht rüber geholt und tut mir leid für die leute die jetzt noch bei mir weiter gucken ja kies ist noch ganz klar meine textur bei dings ist nicht da bei der flasche deswegen seht ihr das nicht warte herrn es leckt was zur hölle zur hölle also türkis ist noch ganz stark ich hab grad die ultra fps einbrüche mein spiel ich glaube ich kurz vorm einstürzen vom einstürzen vor allem ja man nennt es aber abstürzen nur hölle leckte sie ist jetzt jetzt ist wieder alles gut und wurde vernichtet jetzt sind die frage ob ich in die mitte kommen denn wir haben bestimmte ultra würden die einen direkt würden ich sage haben wir es ist übelst gefährlich rot hat schon zwar noch zu zweit aber hat kein bett und ich so behauptet auch die mitte ich guck mal ob mich jemand ablade kann weil irgendwie muss ich in die mitte kommen und ich hab die ganze zeit camp ist auch nicht so schön ne ich hoffe nur mich trifft jetzt keiner ich glaub der pinke macht sich jetzt hier der türkise macht sich bei pink jetzt im bogen ja pass auf peter tschüss uah ach schatz mhm jetzt geht er wieder in die mitte brauch ich mal wieder bisschen was ein mhm so ein schlawiner ich hoffe was die anderen machen der andere türkise ist bei den schwarzen und versucht die roten auf der orangenen insel tot zu machen kommt schon rot hat am bürgen sieht er mich sieht er mich sieht er mich oh gott oh gott gefährlich der hat der schießt übelst drüber pass auf der kommt rum ja ich baue mir hier grad so ne base damit ich mich langsam fortbauen kann scheiß jetzt habe ich keine spitze ein vollidiot gut dass ich nen speedrank drin hab ja der guckt grad nicht dann kann ich schon rüber ran ich gucke immer so böse ey ich gucke immer so böse ey ich gucke immer so böse ey ist mir grad mal aufgefallen ich hab voll böse geguckt so so ich hab schon tut mir übrigens leid für euch da ich schon so früh gestorben bin hehehe der hat ja nur ein mal draufgekommen und war schon dead das war nicht zu spüren das war nicht zu spüren man will nicht guckt kann man sich mal können ähm 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 das ist ein kleines irgendwie ist der aufkommen klar das ist und dann wollte ich will wissen nur was den Bogen hat okay der hat gehen weibungen weil der macht drei herzen der mädchen und für uns nicht so viel Rückschuss das heißt er hat sich in 8 H00 und Ups beide türkise in der Mitte und das ist mir inzwischen ein bisschen klar na ihr Nudelchen und die roten sind aber orange was der welche hat mich der gleiche grad getroffen mhm der andere der andere hat dann den leichtesten Bogen weil der hat mir ein halbes Herz nur gemacht hey der ritt wieder weg hallo was er ist weg das ist mir das ist mir klar ja Ups ich darf nicht sagen ich verrate nichts mehr ich hab mich grad getroffen ich hab mich grad getroffen wenn ich hier drin bin er hat den Winkel dass er dich trifft weil er grad so türkis rüber gerannt ist ähm Upssala da kommt er auch wieder sein Bogen oh oh Anna Ups aber hier auf jeden Fall bin ich fast in der Mitte das ist auch der Peter ist sich hier wie so ein Wurm in die Mitte am am bauen durchbauen ja genau sieht aus wie so ein Kamelkopf guck mal wie so ein Kamel wie so die Schnauze ha 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 wir lassen ihn kaum Tina ist heute wieder lustig Ups 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 wieder wieder reingehen das sollte ich ach doch ach doch ja das ist mir klar dass er kommt aber das ist mir egal das ist mir eigentlich relativ egal Fleischwurst ist dir das ja Fleischwurst einfach Fleischwurst komm Textadress doch Fleischwurst nein wenn du jetzt meine Bässe am Arsch machst du Arsch äh dann renne ich hold wieder zurückrollen und du weißt was ich mir kaufe der trinkt irgendwas Stärkedrank genommen ach du Bässe ach nee ach nee ach du Arschloch ja nein nein aber du hast ihn noch gekillt nein ach man ey das wäre so geil gewesen wenn er einfach gestorben wäre ja das wäre cool gewesen naja ich würde sagen das war es doch schon mit ner Runde bad was ich hoffe es hat euch gefallen ähm auch wenn ich so früh gestorben bin Peter hat es ja noch versucht zu reißen ja hat es ja auch noch fast geschafft ne und dann würde ich sagen ähm lasst uns gerne den Daumen nach oben da abonniert uns und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao